Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3343 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mit einem für beide Seiten lukrativen Geschäft endet ein aufregender Tag. Mit einem für beide Seiten lukrativen Geschäft endet ein aufregender Tag. Wir wollten dir nur sagen, dass wir dieses Mal mit großem Abstand gewonnen haben. Wir wollten dir nur sagen, dass wir dieses Mal mit großem Abstand gewonnen haben. Auch in diesem Jahr werden wieder die offiziellen Europameisterschaften im Inline-Speed-Skating ausgetragen. Im Hafen liegen Segelboote vor Anker. Es gibt fast keinen Wind. Im Hafen liegen Segelboote vor Anker. Es gibt fast keinen Wind. Von Zeit zu Zeit brauche ich auch im Büro eine mentale Pause. Danach bin ich wieder frisch. Von Zeit zu Zeit brauche ich auch im Büro eine mentale Pause. Danach bin ich wieder frisch. Von Zeit zu Zeit brauche ich auch im Büro eine mentale Pause. Danach bin ich wieder frisch. Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Mandeln und Pistazien mit Gewürzen liegen in Papiertüten auf der Theke. Eine Gesichtsmassage regt die Durchblutung an und kann zu einem strahlenden Tarn beitragen. Was ist in der Flasche mit der roten Flüssigkeit? Auf der Flasche steht keine Beschreibung. Was ist in der Flasche mit der roten Flüssigkeit? Auf der Flasche steht keine Beschreibung. In jedem Fall unterstütze ich dich auch weiterhin, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jetzt zeige ich dir, wie man eine Vase aus Ton macht. Jetzt zeige ich dir, wie man eine Vase aus Ton macht. Meine Familie sagt, dass meine Kuchen besser schmecken als gekaufte Kuchen. Meine Familie sagt, dass meine Kuchen besser schmecken als gekaufte Kuchen. Warum bist du so unzuverlässig? Warum bist du so unzuverlässig? Wie konntest du das vergessen? Ich informiere mich telefonisch bei der Zentrale, da ich die Anlage noch nicht genau kenne. Ich informiere mich telefonisch bei der Zentrale, da ich die Anlage noch nicht genau kenne. Ich informiere mich telefonisch bei der Zentrale, da ich die Anlage noch nicht genau kenne. Bitte legen Sie das Medikament für mich zurück. Bitte legen Sie das Medikament für mich zurück. Ich hole es gleich persönlich ab. Was für eine Überraschung, dass du anrufst. Was für eine Überraschung, dass du anrufst. Olivenöl wird je nach Qualität und Verarbeitung in viele verschiedene Kategorien eingeteilt. Hier gibt es einen großen Wasserfall. Wir konnten ganz nah herangehen. Hier gibt es einen großen Wasserfall. Wir konnten ganz nah herangehen. Hier gibt es einen großen Wasserfall. Wir konnten ganz nah herangehen. Leider brauchen wir mehr Zeit, weil ein Mitarbeiter erkrankt ist. Leider brauchen wir mehr Zeit, weil ein Mitarbeiter erkrankt ist. Aber nächste Woche sind wir fertig. Leider brauchen wir mehr Zeit, weil ein Mitarbeiter erkrankt ist. Aber nächste Woche sind wir fertig. Die meiste Zeit verbringe ich damit, defekte Komponenten in unserem Serverraum auszutauschen. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Wir haben die Reparatur durchgeführt und die Reifen gewechselt. Wir haben die Reparatur durchgeführt und die Reifen gewechselt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir haben die Reparatur durchgeführt und die Reifen gewechselt. Wir haben die Reparatur durchgeführt und die Reifen gewechselt. Wir haben die Reparatur durchgeführt und die Reifen gewechselt.